Oh nein, wir haben Fehler am Plug-in. Oh, das ist Pain. Ja, das ist leider Pain. Oh, Sheet. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht getestet. Könntest du eventuell einen kleinen Hotfix machen, weil Schildblocken trotzdem als Schaden detectet wird und ich glaube, die Cases müssen auch beachtet werden. Also, dass Schildblocken, ich weiß nicht, ob noch was reinfällt, aber so eine Sachen. Äh, MC Döner, danke.